Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für ungarisches Saftgulasch. Das Rezept für ungarisches Saftgulasch stammt aus dem Spezialitäten-Repertoire des TV-Kochs Christian Henze. Es kann als Grundrezept für Gulasch angesehen werden. Für vier Personen-Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 800 Gramm Zwiebeln, 5 Knoblauchzehen, 1 Kilogramm Rinderschulter oder Beinfleisch, 1 Esslöffel Schweineschmalz, 3 Esslöffel edelsüßes Paprikapulver, 1 Teelöffel getrockneter Majoran, 1 halber Teelöffel getrockneter Thymian, 1 halber Teelöffel Kümmel, 2 Esslöffel Essig, 100 Milliliter Wasser, Salz, Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, Bräter Zubereitung Die Zwiebeln schälen und die Knoblauchzehen. Beides würfeln. Das Fleisch in etwa 4 Zentimetern große Würfel schneiden. Im Bräter das Schmalz erhitzen und die Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin anbraten. Paprikapulver, Thymian, Majoran und Kümmel zugeben. Den Essig und das Wasser zugeben, salzen und pfeffern. Das Fleisch in den Bräter geben, aber nicht anbraten. Das Fleisch zugedeckt etwa 2 Stunden bei schwacher Hitze köcheln. Zwischendurch gegebenenfalls etwa Flüssigkeit ergänzen. Am Ende der Garzeit nochmals abschmecken und anrichten. Als Beilagen eignen sich Salzkartoffeln, Semmelknödel Diese Varianten gibt es Wiener Saftgulasch Saftgulasch Wiener Saftgulasch mit weniger Aufwand Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! H Wiener Saftgulasch Wiener Saftgulasch Wiener Saftgulasch Wiener Saftgulasch